Aber er muss so langsam aufpassen, weiter dieses Dribbling. Canales. Ah, und sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag, zwei Tore sind sie vorne. Nochmal der Blick auf die Wiederholung. Zunächst die Flanke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. quindi esse ist die Flanke. Daher wird die Flanke oberen. Ich danke Ihnen für alle. Ich danke Ihnen für alle,